Okay Leute, es geht weiter mit Conor Swigger und Nenas Platz Und sehen uns mal das kurz an Lauf Yeah, okay Und? Sagen wir uns mal an Du kannst nicht erwarten, dass die Läufer mit dir reden Okay Welche Läufer? Stell dich vor, hau den Lukas und drücke A Nutze die größte Entfernung und drücke nochmals A Ähm Hä, warte nochmal, was hat er gesagt? Stell dich vor, hau den Lukas und drücke A Nutze die größte Entfernung und drücke nochmals A Achso Yeah Erstaunlich, dafür gibt es einen ganzen Silberpunkte Und? Was soll das mir bringen? Diesen Silberpunkt stelle ich vor Ja, okay Okay, dann mache ich das nochmal Ja, okay Und? Ach, kacke, egal Ich habe einen Silberpunkt, das reicht mir Und du? Dieses Königreich hat viel mitgemacht Mit, äh, wie den Krieg gegen Margus vor 400 Jahren Gott sei Dank ist jetzt alles so friedlich Und du? Hallo, reden Wieso redet der nicht mit mir? Äh, und du? Was hier los ist? Na, vor 400 Jahren haben wir den Krieg gegen einen bösen Magier gewonnen Yeah Ihr Alien Predator Und du? Das Rennen läuft, abwarten und Tee trinken Und du? Ich habe gehört, dieser Typ gibt viel Geld für den Talismane Waffen, Anhänger und andere Kram aus Melchior, dem Schwertschmied etwas abkaufen Ja Kaufen Eisenklinge Wie viel Geld habe ich denn? Eisenklinge, kaufe ich mal Ja Und weggehen, yeah Ich lebe auf ein, äh, auf den Kopf Ah, ich lebe auf den Kopf in dem Osten Komm mal vorbei Okay Okay, du? Luca und ihr Vater haben wieder was Verrücktes erfunden Hoffentlich fliegt es nicht wieder in die Luft Okay Kaufen Karatanzug Brunzen, Karatanzug Ja Den, 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 den Verkäufer sind das Und du? Ach, falscher Knopf Tonic Ähm, nein Belebung Können wir uns, äh, holen wir uns später Du? Willkommen zur Jahrtausendfeier Viel Spaß Dankeschön, werde ich haben Du? Was machst du denn da, alter Perverse? G.I. Joga ist unschlagbar G.I. Joga, okay Das ist das berühmte Horrorzelt Lege deinen Silberpunkt hier an Und kein Wort zu den Eltern Ähm, okay Was ist das denn Willkommen Nordstein Backless Labor Die Schaudershow Fängt gleich an Ähm, ja Wie viele Silberpunkte willst du ausgeben? Zehn? Nie Ich genüge Punkte Ähm Okay, wie viele punkte brauche ich denn was kann ich dann alles dann machen um diese punkte zu erreichen Das muss ich da alles machen Da muss ich jedes mal diese haute lukas machen oder was Achst du dafür gibt es einen silber punkt Okay dreimal Okay, so ich mache jetzt bis zehn weil ich will mal sehen was passiert wenn man das macht So sechs oder sieben keine ahnung Perfekt erstaunlich dafür gibt es einen silber punkt ja Okay Und wie viel habe ich schon egal weil ich habe bestimmt schon acht kommen Ich habe bestimmt schon acht Denn 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 und redet ihr jetzt einer von euch nein die redet immer nicht mit mir Spostis Der du 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 kommst in deutschland ja das habe ich schon gesehen Wie viele silber punkte willst ausgeben habe ich doch gesagt zehn Nicht genug punkte was dafür mir bestimmt noch eins oder so Ja Kann man diese töpfe untersuchen oder so Denn 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 Das rennen läuft abwarten und tee trinken Okay, jetzt geht es wieder hier weiter Okay, das habe ich jetzt auch Ist noch einmal Jetzt habe ich genügend punkte das kannst du jetzt nicht sagen Jetzt kannst du nicht sagen dass nicht genügend punkte aber alter knacka da Oder alter ja was das darstellen soll sieht für mich aus wie ein kleiner eine kleine pussy mit mit nase und Komm ich will mal sehen Wie viele silber punkte wird es ausgeben Zehn Und was passiert jetzt Ich bin bix Ich bin wetsch Ich bin kein Big und wetsch von final fantasy 8 Wo ist kein Verdammt ich habe nicht aufgepasst Der hier ich bin kein Ist das so ist das so offensichtlich Ja, ich habe gewonnen Gut gemacht Eine polis so puppe einen ziel so für den zimmer Okay, dankeschön Das ist berühmte horzeiter lege deine lege dann noch nur silberpunkte hier an und kein wort zu den eltern Okay, warte mal wie viele kann ich noch machen Wenn wir wissen was passiert wenn man die ganzen anderen macht Willkommen in nordstein beklassen labor Ja, 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 ja Rede nur du Rede du noch weiter Zehn, 40, 80 Okay, ich konnte jetzt weitermachen aber Vielleicht Ich weiß nicht ob das mir was bringt diese puppen Aber irgendwie habe ich bock das hier zu machen Ich glaube ich mache noch die eine mit 40 Kein bock, nein das dauert einfach zu lange Ich mache einfach weiter vielleicht kann ich auch einen anderen standort Mehrere punkte auf einmal finden Hey Hä Ist das jetzt Na egal Oh, das tut auch das tat weh Ja, ist tat weh Die glocke klingelt Tut mir leid, alles klar Oh je, mein Amulett Hallo, siehst du das nicht da hinten in der Ecke Ja, geh mal ein bisschen weiter suchen Auch an diese kleine Strecke da Die du jedes Mal abläufst Willst du mich verarschen Oh hier, komm Oh mein Magen Boah Hier Gott sei Dank Mein Amulett Es hat großen Ideellen Wert Ähm Wert Darf ich jetzt zurückhaben? Klar Ich bin wegen dein Wegen dem Fest hier Du wohnst im Dorf, oder? Ich fühle mich hier ein wenig fremd Macht es dir was aus, wenn ich dich eine Weile begleite? Nein, gar nicht Danke, du Gentleman Ach ja, übrigens Ich heiße Male Male Lassen wir Male Äh, Male Und wer bist du? Krono, aha Nettig, kannst du dann Gehen wir Den, 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 den Den, 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 den Den, den Okay, sehen uns mal das an Ich rede jetzt nicht Mein Mittelkosten wartet Immer ein Essen denken, okay Musik hat sie hin Und du? Geh weiter, um Lukas Roboter für Kampftraining zu testen Auf den Gewinner warten Silberpunkte Hm Okay Gartowertz Gartowertig genert Hat mit Was Metallgelenke Und 15 Silberpunkte Geschenke Ich euch alles Siegesfand Was? Warte Achso Ich muss den jetzt angreifen, oder was? Angriff Angriff Willst du mich verarschen? 20 Lass mich auch einmal angreifen So Zu weit weg Gegenangriff Was machst du da? Und Angriff Ja Greif schön das Mädchen an Lass mich in Ruhe Kann ich diesen Kampf noch schaffen? Ich weiß das gar nicht 10 Erfahrungspunkte halten Yeah Ein Tag Und gib mir 15 Punkte Los Verloren habe ich Gewonnen ihr 15 Punkte gibt es dafür Spaßig war es für mich Glück gehabt Glück gehabt Glück gehabt Ich dachte Ich dachte Mein Mono ist Stecken geblieben Hey Kann der nicht rein? Okay Den 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 Warte mal Leckeres Hühnchen Du bist ein Vielfass Chrono Verdammt habe ich Zu seinem Mittagessen Aufgegessen Ich rede jetzt Ich bin mal Scheiße Zu seinem Mittagessen Aufgefressen Egal Ich hatte Hunger Ich hatte Hunger Du hast 12 10 Punkte Nein Ich brauche Keine 10 Geld oder Gold Oder wie das heißt Und was muss man Hier machen Hallo Limo Und die Wette Und die Wette Trinken Drücke also So schnell du kannst Fertig Los Verdammt Ich muss mit Tastatur Hier machen Fünf Dosen Du hast wohl Keine Übung Bist du aber Bist du aber Ehrgeizig Gefällt dir das? Ja Komm Komm Weiter Wenn ich jetzt nur Sechs Dosen Fick dich ins Knie Ich kann nicht mit Tastatur Kämpfen Ähm Ähm Meine Spielen Bist du aber Ehrgeizig Gefällt dir das? Ja Ich gefällt mir Wo ist meine Katze Deine Katze ist weggelaufen Weil du nicht gut auf sie aufgepasst hast Pech gehabt Oh Oh Was ist das denn hier? Ein prähistorischer Tanz Wie bezaubernd Bist du beklagt? Mitreißen nicht Tanze mit den Knöpfen X, Y, L und R Nachdem ich hier und da rumgerannt war War ich total fett Aber dieser Tanzwerk Echt verjüngert Und dir? Uhrzeitrhythmus 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 Ach du Scheiße Ach die haben echt nichts anderes zu tun Ähm Lass das doch mal Ich will weiter Ich will weiter Danke Das Tanzen bringt sowieso nichts Oder? La Lida Ich hab ein bisschen Geld Vom Ältesten gekriegt Mitreißen nicht wahr? Tanzen mit den Ja Kann mittanzen Aber Will ich das auch? Will ich Oder? Ich mach einfach mal Uhrzeitrhythmus Und so Und so Okay Die tanzen nicht weiter Okay Ich will nochmal gegen den Roboter kämpfen Weil ich noch Äh Diese Kacke da holen will Also diese komische Puppe Ding da Den 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 Kaufen Tonic Heil 50 LP Ähm Heil Status Sieben Stück Okay Das haben wir jetzt auch Du findest sie im Norden Ja okay Danke Dankeschön Ich geh jetzt wieder nach oben Und versuche ganz ergegen Den Bastard zu kämpfen Bis ich gewonnen habe Und lecker Hühnchen Leckeres Hühnchen Hier hier Du bist ein Vielfass Äh Okay komm Hat er aber ist mein Status Eigentlich Kompletto Matiko Achso das Hühnchen Hält mich jedes Mal Okay Und komm nochmal Gott werde ich genannt Ja okay komm Geht es jetzt los Angriff Nicht dass er jetzt irgendwie mich angreift Ja halt zum Maul 15 Schaden Okay Fick dich 19 Lecko Mio Lass mich mal in Ruhe Greift mal das Mädchen an Wozu steht sie denn da Din Din Okay komm 17 Schaden Okay Zweit weg wie ein Gegenangriff 17 10 Erfahrungspunkte Ein Techpunkt Krone erreicht die nächste Stufe Krone lernt Zyklon Mal erreicht die nächste Stufe Hier kann man gut leveln Gib mir 15 Silberpunkte Verloren habe ich Gewonnen Ja 15 Punkte gibt es dafür Spaß Sie war es für mich Yeah Danke Okay Jetzt gehen wir noch kurz dahin Und holen uns Dieses Ding da Erstmal das Mittagessen Hier essen Sonst hat wieder heilt Hopp ich jetzt mal Ja ich bin ein Vielfass Ja das hat mich wirklich Okay Das ist gut Nicht extra Warum habe ich dann extra Diese Tonic gekauft Ach egal Speichern wir mal kurz Danke Warum Das war dem ich Das jetzt gespeichert habe Egal ich gehe jetzt wieder Da rein Und Äh Ansprechen Willkommen in Nordschnein Neuem Weglas Ja 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 Und Wie viele Silberpunkte Willst du ausgeben 40 Verdammt Ich habe 30 Ja Boah Ich bin dämlich Boah Ich bin dämlich Okay Wir sehen uns Im nächsten Part Und da habe ich Das ganze Die ganzen Münzen Dann komplett Und wir sehen uns Dann hier wieder Also bis Zum nächsten Part